Maria, willst du dich uns anschließen? Was soll ich lehren? Sind wir so anders als Männer, dass du uns andere Dinge lehren musst? Geh zu ihm. Wedet zu meiner Hand. Du bist meine Zeugin. Sprich nie wieder in seinem Namen. Warum sollte sie ihm nicht folgen? Ich werde nicht schweigen. Maria Magdalena im Kino